Man kann nicht sagen, man hat zu Ende geübt. Ja, man ist einfach nie fertig und man kriegt so eine Gelassenheit mit, ja, man wird, also man muss über Jahre denken. Aber auf gar keinen Fall die Ziele zu niedrig setzen, nie. Ich finde halt irgendwie dieses ein bisschen größer Denken schon auch wichtig, weil man einfach seinen Kopf schon mal dafür aufmacht, für Möglichkeiten. Natürlich habe ich so ein Ziel, was ich nicht vergesse, aber wie ich mich am meisten motiviere, ist nicht durch äußere Faktoren, sondern ich versuche wirklich auch in Musik so ranzugehen oder versuche das zu spielen, was quasi eigentlich aus mir raus drückt. Vielen Dank. Vielen Dank.